Okay, mein Geschenk vom Tisch wird dann wahrscheinlich die Uhr sein. Ich glaube, jetzt beginnt der Spaß. So ein Palmenblatt oder was? Schau auf deine Uhr. Ähm, hier. Mhm. Check. Nach etwas nahe Haften, hier lagen irgendwo Riegel rum. Das hab ich schon gesehen. Äh, du bist kein Rieger, hier. Protein-Riegel. Die anderen Sachen kann ich ja nicht nehmen, oder? Ähm, nee, mehr war hier auch nicht. Ähm, nöp. Oh, warte mal. Weißt du, die ganzen Sachen, die wir schon, äh, gesehen haben. Warte mal, das hier ist doch. Das hier kennen wir noch nicht, aber... Tabakpflanzen. Hm. Nice. Okay, ist denn hier noch irgendwo was zu essen, was ich nicht sehe? Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt diese Einführung geht. Warum sind hier so viele Macheten, äh? Ich will vielleicht irgendwas übersehen? Warte mal, was heißt denn hier erweitern? Kann ich doch gar nicht erweitern. Nöp. Wenn sich die Quest nicht abschließt, glaube ich, habe ich irgendwas noch nicht gesehen. Ich sehe nichts mehr auf das Meer. Ich habe alle Protein-Riegel. Okay. Kann ich denn das dann einfach essen? Essen. Well, rested and well-fed. Perfect. Und keep it that way. Wir brauchen das Gehirn von deinem, die Arbeit auf der Peak-Performance. Ich versuche, dass es gut geht. Hast du ihn noch nicht gefunden? Ja. Und wie erwähnt, sie wollen nicht zu sprechen. Sie verhören, als ob ich nicht hier bin. Aber sie haben dich nicht weggezogen. Das ist ein guter Beweis. Du musst sie überzeugen, dass du sie ein von ihnen bist. Ja. Entstanden. Das scheint, dass es die richtige Reaktion ist. Ich werde auf dem Boden auf der Stadt und nur essen, was ich kann finden. Wunderschön. Danke für die Unterstützung. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often, as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. Alright. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Gut, das Korkbrett. Das ist da hinten. Und jetzt nicht auf den Nutins. Nice. Tabak Pflanzen haben Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich. Aber was halten sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt. Nachdem ich an Felsen hochgeklettert bin, habe ich ein ganzes Beet davon entdeckt. Ein guter Ausgangspunkt. Die Nordseite des Lagers. Begib dich nach Norden und für deine Tabak Pflanze. Ich vermute schon, dass sie die Richtung meinen, oder? Weil da lang kamen wir vorher nicht so wirklich weiter. Habe ich denn... Oh. Aha. Ich wollte gerade sagen, da habe ich einen Kompass dran, aber... Ja, nice. Gute. Na dann. Let's go. Der Fluss ist sogar angestiegen, ne? Durch den ganzen Regen. Kann ich blocken mit er? Okay. Nur falls... Bitte was? Ich kam nicht über das Bananenblatt rüber. Ja. Okay. Oh. Ich weiß gerade nicht, ob ich die ganzen Stecker und so... Wie viel ich jetzt mitnehmen sollte davon? Judy. Gibt's da irgendeinen... Warte mal. Gibt's hier irgendeinen Weg rüber? Da hoch wahrscheinlich, oder? Ich gucke gerade so ein bisschen, ob ich auf Schlangen und sowas sehe, aber... Wurde magisch angezogen von diesen Pflanzen. Kommen wir denn da irgendwie hoch? Hier lang, oder? Nee, geht's auch nicht wirklich weiter. Können wir denn klettern? Eher nicht so. Nee, klettern klappt eher schlecht. Ich will da hoch. Aber... Der will sich mal nicht erzählen, dass er sich hier nicht hochziehen kann. Nö. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Ich habe meine Uhr im Blick. Der Norden ist rechts von mir, aber ich muss hier irgendwie hochkommen. Ich habe nur noch keinen Weg gefunden. Ich muss da hoch. Ich bin vom Camp aus eigentlich Richtung Norden gelaufen. Tatsächlich. Oh, warte mal, komm ich hier hoch. Ja. Nice. Wie ist man? gut. Okay, das stimmt. Gut. Okay, wie untersuche ich mich dann selber? Aha. Okay. Ah, aha. Verstehe. Okay, da sieht alles gut aus. Okay. Okay. Oh, das sieht nicht so gut aus. Oh, das ist definitiv nicht so gut. Nee, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Es ist alles gut. Nichts ist broken. Es ist nur schritte und schritte. Nichts, was zu worry about. Oh, das ist nicht so gut aus. In der Dunkel, jeder schritte kann es gefährlich sein. Du musst alles aufbauen. Du weißt, wie du es tun hast? Uh, look. Ich kann nicht sagen, dass ich mich erinnere. Schau mal eine Molinerie. Es hat lange leaves, ohne irgendwelche Marken. und ist entzündet mit yellowen Blumen. Okay, ich gehe nach sie. Ah, die hier. Du solltest es in deinem Notepad haben. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. Ist das nicht diese Pflanze? Die ist gelb und dann die Splitter. Scheinbar. Äh. Glaube. So, um Tiffel. Ah, ja. Okay. Interessant, interessant. Habe ich die Blätter denn jetzt eingepackt? Pilze. Ja, habe ich. Herstellen. Verwandt. Äh, okay. Achso, nee, warte mal. Das brauchen wir gar nicht. So, wie verbinde ich mich? Ich glaube, ich gehe mal ins... Ich glaube, ich gehe mal ins Lager. So. Ähm, wie verbinde ich mich denn jetzt so? Kann ich hier irgendwas... Machen? Wie verbinde ich mich? Ich habe das hergestellt. Ein Verband. Ja, ähm... Ich will das benutzen. Ah, aha. Okay. Ich kriege ja noch so. Oh mein Gott. Cool. So, mach ich? Hier bin ich. Alles gut zusammengekriegt. Das tut mir leid? Ähm, nicht viel. Gut. Hopefully, es will heal fast. So, how are you doing? Ich werde in ein paar Tage in ein paar Tage. Ich bin optimistisch. Ich erwarte, dass ich einen von ihnen selbst behandle. Und ich sollte dann fragen, dass sie Fragen stellen. Einige Geister sind aufzunehmen, aber... Glücklich, Herr Kuhlini ist auf meinem Seite. Warum sind sie aufzunehmen? Ich glaube... Ich glaube, sie wurden verabschiedet sogar bevor ich sie verabschiede. Der Chef wollte die Welt-Health-Allianz aufgerissen, aber ein paar von den Äldern verabschieden haben. Jetzt, die Jabahuacke haben zwei Fakten. Das ist gefährlich, Mia. Sei vorsichtig. Ich bin kein Gefahr. Ich habe gesagt, ich bin optimistisch. Oha. Ein Monat später. Wo muss ich hin? Ich muss sie finden, aber wo muss ich da hin? Habe ich irgendeinen Anhaltspunkt? Und ist das dunkel? Ich schief ihn und ich schief ihn! Ich schief ihn! Ich schief ihn! Was ist das? Höh... Das ist sehr laut. Okay, ich glaube jetzt sind wir in der grünen Hölle. Okay. Okay, ich sehe nur schwarz. Hallo. Jake, was ist da los? Komm schon, sprich mit mir, Jake! Wie können wir das aufhören? Wie können wir das aufhören? Okay, das war also die Einführung. Das muss aber Danke heißen, bei Por Favor heißt ja Bitte. By the way. Ja, genau. So, dann können wir jetzt endlich zusammen in die grüne Hölle gehen, oder? Ja. Ja. Oh Gott, das ist so eine tiefe Schlimme. Ein Spaziergang, wir kommen im Dschungel, Dschungelkönig. Warte mal, was ist denn der Unterschied hier? Das ist wahrscheinlich geistige Gesundheit aus, feindliche Stämme. Nee, das ist ein bisschen zu langweilig, oder? Ich glaube, wir kommen im Dschungel. Geistige Gesundheit müssen wir darauf achten. Feindliche Stämme, Raubtiere, Nährstoffentzug normal. Oder? Was meinst du? Ja, wir kommen normal an, ne? Weil Spaziergang ist ja wirklich alles aus. Nährstoffentzug ist langsam, das ist ein bisschen zu langweilig. Normal, normal. Das ist, äh, Mr. Crocs, ist dies. Dein schlimmster Albtraum. So, dann machen wir Spielstand hier. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dich direkt einladen muss, oder ob du mir joinen kannst. Na, du hast doch wieder In-Wide-Only, oder nicht? Ja. 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 Die lebende Legende. Zuletzt, äh... Ja, ganz zuletzt survival-mäßig bei Forrest, ne? Bei Forrest ganz, ganz... Zuletzt. Wie? Wir beide. Por favor. Sagst du jetzt nur noch Danke und bitte? Haha. Okay, ähm... So, wie kann ich dich denn... Oh Gott, wie sind wir denn hier? Wie kann ich dich denn jetzt einladen? Wahrscheinlich über Steam, oder? Ja, wenn ich bald beitreten hier will, dann kann ich... Sehe ich das ja nicht. Mhm. Aber ja, probier's mal über Steam. Ich geh da mal kurz, dann haben wir meine Freundeschliste, wo bist du, da bist du, äh, ich kann handeln, ich kann nicht entfernen, ich kann nicht zum Zuschauen einladen. Aha. Dann hast du irgendwas nicht richtig eingestellt vielleicht? Aha. Doch, 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 doch. Vielleicht muss ich das hier machen. Warte mal ganz kurz. Spiel laden. Hier einladen. Ah, ja. Okay, warte mal. Ach, hier. Aha. So, Mr. Crocs. Warte, ich lad dich grad ein. Ich muss das so machen. Oh mein Gott. Ist es angekommen? Spiel starten, ja. Cool, jo. Das lad. Judy, ich, ich bewege mich noch kein Stück, ich warte auf dich, ne? Mhm. Aber ich hab ja nicht mal mehr ne Muskete, äh, Muskete vor allem. Ne Machete. Ich find das Crafting-System extrem kompliziert, ne? Äh, ja. Das war das Schwerste, das Schwerste in dem ganzen Tutorial gerade. Bananen! Die sind aber nicht reif aus. Egal, ich nehm sie mal mit. Die werden bestimmt noch reif. Ach, grün, gelb oder schwarz, die kann man immer essen. Schwanz? Naja. Ja? Oh, oh. Die sind einfach nur süßer. Ist das hier verschwunden? Sieht mir das noch an, wenn ich ja... Oha! Ich bin... Gott, du bist neben mir gejoint und hast... Hey. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Weiß ich nicht. Was hast denn du für ne freshe Frisur? Du hast einen Bart. Warum hast du den Bart? Was? Ich... Wieso hab ich einen Bart? Ich seh mich leider ja nicht. Nein, stimmt was nicht. Ich seh nur einen Fuß von mir. Oh. Oh. Oh, ich seh egal, was du machst. Ich seh, dass du gerade im Tagebuch bist. Okay, kann ich das denn hier irgendwie... Fuck. Stock und Seil. Ich glaube, wir werden uns erstmal... Hast du... Hast du schon gesehen hier, nutz ich's Buch? Was die Zeichen auf der Uhr heißen? Äh, ich kann mir das so ein bisschen denken, aber ich kann natürlich auch mal nachgucken. Ähm... Bei dem Essen müssen wir Hilfe suchen. So, wo ist Mia? Verband sei alles, was wir so gelernt haben. Also, jetzt haben wir hier einmal, beste Fettquelle sind Nüsse, beste Kohlenhydratquelle sind Früchte, beste Eiweißquelle ist Fleisch. Okay, das heißt, wir müssen uns doch ausgewogen ernähren, hm? Bitte, Bambushütte. Immer saugeres oder abgekochtes Wasser trinken. Ein Bananendach. Ein Balkon aus Bambus. Oh, wir können ja sogar richtig bauen. Ja. Okay. Unterstände. Hölzerne Eingang, Bambuse... Bätter. Ach, wie cool. Und dann... Also, ich werfe für den Hüttenunterstand. Aber wir passen da rein. Ähm... Weiß ich nicht. So, da können wir auf jeden Fall speichern auch. Wahrscheinlich brauchen, müssen wir dann eh noch so Bananenbetten bauen und so. Lass uns mal erstmal eine Waffe oder irgendwie was greifen. Ja, ich wollte nämlich grad gucken, wir haben gar nichts, ne? Genau, ich sammle gerade schon Steine und Holz und so. Ich kann auch leider nichts mit meinen Fäusten abbauen anscheinend. Das ist ein geiler. Hier sind Bananen, wenn du auch welche haben willst, hier. Das ist ein cooler Teich. An diesen Pflanzen. Ach da. Ja. Ja, ein bisschen essen. Oh. Hier liegt... Kleiner Stück. Was ist das hier? Unbekannter Pilz. Na gucken wir von uns zuerst. Stopp, Tom. Das hier sieht auf jeden Fall nach einer Challenge aus. Ja. Das hab ich mir auch... Tatsächlich hab ich mir das auch schon gedacht. Aber ich weiß nicht, ich bin so leichtsinnig, unser Lebenskind. Kann ich das? Ich sammle gerade erstmal Steine. Okay, warte mal. Notizbuch, ja? Ja. Steinklinge. Wir brauchen Steine. Steine hab ich. Wie viele hast du? Was ist das denn? Ähm... Ich habe Steine. Kokospalmengrün. Äh... Wo sehe ich die? Warte mal. Ich dachte schon. Ne. Bananen. Wo sehe ich denn meine Steine? Sag mal. Die ich gerade aufgehoben habe. Hier sehe ich meine Stöcke. Weiß ich nicht, aber... Da unten sind Raptoren. Ach hier. Ich hab sechs Steine. Oha. Das sind mir alle geklaut. Hä? Wieso? Nein. Ich guck einfach auf den Boden. Oder wie Sarah sagen würde, ich hab den Lutfinger. Wie viel brauchen wir denn für eine Waffe? Sonst stell ich gleich zwei her. Ich denk mal einen Stein. Den müssen wir irgendwie schärfen. Gut, das sind zwei Steine, aber... Alles Lutsteine. Wir bauen da irgendwas, um die Bäume zu fällen. Ja. Wir müssen erstmal so ein Stein... Und die Frage ist, wo wollen wir bauen? Guck mal, die kann mal rüberlaufen. Guck mal. Ich sammle mal ein paar Larven. Guck mal. Guck mal. Nee, kann nicht gucken. Muss Larven einsammeln. Wo bist du denn? Ich seh dich leider nicht. Hier. Was ist das denn? Links von dir. Kokospalmengrün. Das hab ich... Ja, das hab ich eingeschmissen damit. Ich weiß nicht. Ich glaube... Kann ich noch nicht spalten. Ich sag mal so, ja. Ich nehm jetzt diese Palme und stack sie einfach auf den... Kann ich das? Oh, ein großer Stein. Zerstören. Kann ich nicht zerstören. Zerstören. Oh. Bestätigen. Ist was passiert? Ja, hab ich auch grad probiert. Hab ich was bekommen oder so? Drei Steine braucht man, um die Steinklinge zu machen. Ich hab Larvenpilze. Aber man braucht kleine Steine wahrscheinlich. Ähm. Okay, also ich weiß nicht, wo sie jetzt hin ist. Aber sie ist weg. Ich sehe keinen Palmen. Ich finde da keine kleinen Steine. Guck am besten auch da, wo Steine sind. Ja. Ich seh nur große. So, und du sagst jetzt, wir müssen das herstellen, ja? Ah, ja, also ganz ehrlich, hier wo ich gerade bin, ist irgendwie der perfekte Platz für so'n kleines Häuschen. So'n Unterschlupf. Hab ich auch irgendwo ein Rezept? Ach, warte mal. Die sind hier gut eingerahmt von großen Felsen. Das sind ja nur alles Felsen. Das sind ja nur alles Felsen. Das ist... Ich hab' hier halt echt nur... Ich weiß halt nicht, wie man das dann... Äh. Hörst du mich? Ja, hörst du mich? Ja, hörst du mich? Na, ich mein' über, übers, äh. Nee. Okidoki. Ich kann Tee halten, dann redet er einfach. Schlafen, Tagebuchuntersuchung herstellen. Warum hab ich denn hier keine Liste, wie ich sag... Warte mal, jetzt muss ich das mal anders machen. Äh, Verband, Seil, Steinklinge. Ach, ich brauch zwei Steine. Hm. Okay. Also zwei Steine. Ich hab halt wirklich keine, das glaub ich, alle Steine genommen. Zwei Steinklingen. Oh, ich hab' einen gefunden. So, ich hab' jetzt ne Steinklinge auf jeden Fall. Und die kann ich jetzt auch erweitern. Oder nehmen wir die jetzt erst mal? Warte mal kurz. Okay, die kann ich benutzen. Ja. Soll ich da eine herstellen? Oh, jetzt hab' ich den zweiten gefunden. Ah ja. Anscheinend level ich das auch? Steinchen. Ja. Ich geh' mal davon aus, dass wir uns als erstes... ... dass wir uns als erstes ein Dings machen müssen. Einen Unterschlupf oder so bauen. Geh' doch weg mit diesem Palmblatt hier. Ich will die trockene haben, damit wir uns erst mal was bauen können. Oh. Ach, Steinhacke. Easy. Direkt morgen. So, ich hab' auf jeden Fall ein paar trockene... ... schon. Wenn das nicht immer einfach ist, da ranzukommen. Ach so. Ja. So, so ein Lagerfeuer könnte ich auf jeden Fall auch machen. Ja, so Machete wär' jetzt echt wieder schön. Ja. Tagebuch. Haben wir hier nur einen Eintrag? Unbekannter Pilz. Okay. Geistige Gesundheit. Wirkung, Halluzination, bekannte Behandlungsmethode, Verzeihungsproduktes mit einer natürlichen Antistresswirkung verbessert den Geisteszustand. Ruhiger Schlaf erhöht geistige Gesundheit. Alles klar. Ja. Okay. So. Fäuste erhöhter Schaden. Extra. Mh. Klingen. Geringer Ausdauerverbrauch. Okay. Wahrscheinlich werde ich sowieso... Also ich geh' mal jetzt stark davon aus. Wenn wir die Klinge da rein tun. Um mich herum fliegt irgendwas. Und ich mach' das mal in den Stock. Heuweihro Testräger. Das wiederum. Woher darf ich das drauf? Also ich habe es tatsächlich benutzt.